Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Ja, die Millennials unter euch da draußen werden das möglicherweise aus ihrer Kindheit, kennen die anderen vielleicht auch und einige wenige vielleicht auch sogar aus der Zeit, wo sie dem Ganzen schon ein wenig entwachsen waren. Avatar, der Herr der Elemente, eine, ja, aus heutiger Sicht schon irgendwo Kult-Serie. Mitte der Nullerjahre lief sie auf Nickelodeon. Dort haben sie viele gesehen und viele wurden durchgeprägt und maßgeblich von geprägt wurden aus unserem Team. Zum einen die Melanie. Hi. Ach Gott, keine bändiger Begrüßung. Ach so, was hätte ich denn sagen sollen? Keine Ahnung. Alles gut, ein Onkel Iro-Zitat oder so. Nein. Ja, und ich, der den ganzen Spaß hier moderiert, der Dom, anlässlich der Netflix-Neuadaption beziehungsweise Live-Action-Serie sind wir hier zusammengekommen, um zum einen natürlich darüber zu sprechen, aber natürlich auch über die alte Serie und einen gewissen Kinofilm, den viele Fans wahrscheinlich verdrängt haben. Also haltet die Kotztüten bereit da draußen. Ob wir Kotztüten bei der Netflix-Serie brauchen, wird sich hier wahrscheinlich heute auch klären. Aber vielleicht klären wir erst mal, wo wir so herkommen. Melanie, Ladies first, wie ist das bei dir mit Avatar? und steigen wir vielleicht damit mal ein, was ist denn dein Lieblingselement, was du gerne bändigen würdest? Okay, also, ich habe Avatar damals gesehen als Kind und du sagtest ja gerade, es ist eine Millennial-Serie. Mhm. Aber ich bin ja eigentlich Gen Z. Ja, okay, okay. Das bedeutet, ich, also, aber ich muss eh sagen, ich habe eh voll viele Millennial-Sachen gemocht, so wie Harry Potter, ne? Das ist eigentlich auch so voll das Millennial-Ding. Oh, ja. Aber keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, ne? Ja. Volle Kanne. Und, aber, ich bin dann halt, ich weiß auch, dass so meine ältere Cousine zum Beispiel, die ist total Millennial und ich weiß, dass sie obsessed damit war. Mhm. Und ich war immer so, ja, ich kannte so ein paar Folgen, aber ich war, glaube ich, ein bisschen zu jung, muss ich sagen. Aber ich habe auch trotzdem noch sehr viel so in Erinnerung gehabt. Und jetzt habe ich es nochmal extra neu geschaut, die Serie, die alte. Und ich liebe sie. Sie ist toll. Mhm. Und sie ist, wow. Ich kann mich nicht entscheiden. Also natürlich irgendwie Wasser, ne? Da sehe ich mich. Mhm. Aber ich finde auch trotzdem irgendwie Feuer cool. Nicht? Äh, ja gut, wenn du Wasser nimmst, dann muss ich jetzt Feuer nehmen. Äh. Aber, weißt du, was ich noch einen positiven Punkt hätte für Luft? Du kannst ja fliegen dann. Ja, natürlich, klar. Das ist ja schon geil. Und auch mit so einem Luftball durch die Gegend rollen und dann wie Argen irgendwo gegenhauen. Naja. Ja. Kurz zu meinen Zwei-Censo-Avatar. Ich, ja, gut. Oh Gott, ich habe mich jetzt echt mit Millennials und Gen Z vertan. Das kommt davon, wenn man mit jungen Leuten hier im Podcast sitzt. Jo. Ja, natürlich meinte ich mich selber damit. Ja, klar. Nein, Lirum Larum. Ich habe Avatar immer nur so auszugsweise gesehen. Früher auf Nick tatsächlich. Ich weiß noch, dass die Serie da damals sehr gehypt wurde. Ich habe die 1000 Trailer gesehen und dachte mir so, äh, gut, was ist das? Und habe es mir dann mal so angesehen, fand es ganz gut. Aber wie man das eben noch aus der Zeit vor Streaming kennt, man hat nie wirklich alle Folgen davon gesehen. Ehrlich. Und die Serie ist ja auch sehr darauf ausgelegt, äh, also der, der Vorspann ist ja so wirklich klassisches 90er-Jahre-2000er-Fernsehen, dass dir im Vorspann schon direkt die ganze Prämisse erklärt wird, ne? Immer von der Pike auf. Das ist ganz typisch für solche Serien. Ich habe sie da jedenfalls dann immer nur so stückchenweise gesehen und wusste auch nicht, wie viele Staffeln die hat und so. Internet war ja damals auch noch nicht ganz so präsent bei mir. Und, äh, dann habe ich sie aber irgendwann komplett gesehen, weil meine damalige Freundin ein riesen Fan davon war. Mhm. Und sie hatten mir die dann, weiß nicht, wir hatten, ja gut, wir hatten, äh, eine Fernbeziehung, muss ich dazu sagen, und wir haben uns nicht so oft gesehen. Aber jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, haben wir Avatar geschaut. Und wir haben sogar, auch wenn ich den nirgendwo mehr heute auffindbar habe, äh, sogar mal zusammen einen Audiokommentar aufgenommen zu dem wunderbaren Kinofilm von M. Night Shyamalan, ähm, den ich hier gleich auch noch kurz abfrühstücken werde, so wie er es verdient hat. Aber da jedenfalls habe ich die Serie dann wirklich mal von A bis Z geguckt, allerdings halt über, ich glaube, über anderthalb Jahre gedehnt oder so. Wie gesagt, eigentlich immer nur, wenn wir uns getroffen haben. Ach so. Und ich fand sie wirklich, wirklich fantastisch zu der Zeit. Also, es ist eine Serie, die man, glaube ich, sehr unterschätzen kann. Ja. Sie fängt auch durchaus, äh, auch sehr mit, ja, eigentlich typischen gut-böse, schwarz-weiß so ein bisschen an. Und dann wird das nach und nach aufgebrochen. Und irgendwann, also ich würde jetzt nicht sagen, dass alles grau ist, aber, äh, zu der Zeit, als ich das gesehen habe, lief auch Game of Thrones. Und ich habe tatsächlich sehr viel von Game of Thrones dann irgendwann, besonders dann in der dritten Staffel, also Buch 3 Feuer, äh, hier auch wiederentdecken können, was eben, ja, Grauschattierung von, von Figuren angeht. Wie ging das denn dir? Was, was hat, oder was hat für dich so Avatar ausgezeichnet, die alte Serie? Ich finde halt absolut, dass die Charaktere so gut geschrieben sind und dass die vor allem alle so, ähm, komplex sind. Mhm. Also jeder von denen. Und was für mich vor allem, also so ganz besonders ist, ist einfach Sukos Charakter. Ja. Ist, glaube ich, tatsächlich mein Lieblingscharakter, muss ich sagen. Also wie gut der geschrieben ist. Mhm. Ich sitze da wirklich und bin einfach zum Teil wirklich so gerührt davon und so mitgerissen von dieser Geschichte, die wir verfolgen dürfen und wie toll das einfach gemacht ist, ne. Aber generell, so jeder Charakter, so, du liebst so alles an denen. Weil die haben so nervige Seiten, aber die haben dann auch wieder so lustige Seiten, so jeder von denen ist so liebevoll, weißt du, so. Mhm. Also einfach dieses, es ist eben nicht schwarz-weiß, ne. Es ist halt eben wirklich immer diese graue Zone. Ja. Das ist so stark, wirklich. Und das bei einer Cartoon-Serie. Ja. Und der Humor ist on point. Ja, der Humor ist großartig. Das ist das Schöne an der Serie, dass die trotz allem ihren Humor nicht verliert und einfach wunderbar auch mit den Tonalitäten diesen Drahtseilakt einfach über die Bühne bekommt. Also, und wie gesagt, es ist am Anfang, also ich muss dazu sagen, ich hab jetzt so mal in die alte Serie reingeschaut und die ersten Folgen, es ist natürlich schon sehr kindlich teilweise der Humor, aber das passt vor allem, weil ja eben unsere Hauptfigur Arn ja auch noch eben ein Kind ist und dahingehend ist es ja auch eine ganz klassische Coming-of-Age-Geschichte, die für mich auch wunderbar funktioniert. Ich schmeiß mal, weil du es ja gerade auch schon gemacht hast, auch meinen Lieblingscharakter in den Topf. Ja. Ja, es ist so cool, allerdings auch Onkel Iroh. Ja, das wäre mein Zweiter gewesen. Was ist dein Dritter? Ach Gott, ich hab da... Oder dein Zweiter? Ich hab da gar nicht so ein Ranking, wobei ich Azula ziemlich cool finde, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaub, mein Dritter ist tatsächlich Appa. Ach so, ja, ach ja, Appa und Momo gibt's da auch noch, ja. Ach Gott. Ja, und ich liebe Appa. Ja, das... Ja, jetzt kommt man hier schon direkt ins Schwärmen. Aber nee, es ist wirklich so, ich mein ganz ehrlich, wer erwartet von einer Cartoon-Serie mit so einer doch relativ eindeutigen Zielgruppe, ja, wirklich schon, ja, fast einen gewissen Anspruch, könnte man schon sagen. Also, natürlich ist das jetzt nicht irgendwie was, was man noch nie gesehen hat, aber auf jeden Fall in der Form, beziehungsweise, dass man sich traut, mit wirklich auch schweren Themen hier um die Ecke zu kommen. Und das in einer Cartoon-Serie, die 20 Minuten geht in der Regel, ne? Also, das ist großartig. Ich hab auch noch so eine Stärke, die ich so gut fand, ist halt, dass die so gut auch so Messages so problemlos einbauen können, jede Folge. Weißt du? So leeren. Aber das ist so überhaupt nicht on the nose. Nee. Sondern das wird immer so gut in die Geschichte eingebaut. Ich muss dazu sagen, ich hab damals auch wirklich gedacht, dass es ein Anime ist, eben aus Japan. Und dann war ich total platt. Also, weiß ich, wenn du halt die Credits siehst, oh, da stehen ja nur englische Namen. Und da ist ja auch schon, muss man dazu sagen, kleiner Verweis auf Star-Wars-Fans da draußen von euch, Dave Filoni, äh, der Mann ja hinter The Clone Wars, Rebels und jetzt aktuell auch The Mandalorian und dem ganzen anderen Zeugs, zuletzt Ahsoka, der hat ja hier tatsächlich seine Wurzeln. Also, die ersten beiden Episoden sind, glaub ich, von Dave Filoni inszeniert. Also, wirklich die allerersten, ne? Von, von der, äh, Trick-Serie. Und der wurde dann ja, glaub ich, abgeworben für Clone Wars. Und das kommt durchaus auch immer mal wieder durch. Ich weiß nicht, ob du die Star-Wars-Serien von dem kennst, also vor allem die Animations-Serien, weil die sind auch, die fangen auch sehr auf eine spitze Zielgruppe hin ausgerichtet an und werden dann immer, immer komplexer, immer differenzierter, etc. Ja, ich hab Clone Wars auch als Kind geguckt und hab jetzt auch, ähm, jetzt kam letztes Jahr oder eigentlich noch dieses Jahr, hab ich auch noch, ähm, ich glaub, ich bin bis Staffel 3 gekommen, wo ich das nochmal alles geguckt hab. Kurzer Shoutout raus an, äh, alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir haben auch mal sehr ausführlich über Clone Wars gesprochen und auch über Rebels in einem Special, was wir gemacht haben. Ich glaube zum, ja genau, May the 4th kann man sehr, sehr gerne mal reinhören. Das ist aber auch, glaub ich, schon irgendwie drei Jahre oder so. Aber da haben wir relativ ausführlich über diese, äh, beiden Serien gesprochen. Wo wir, äh, allerdings jetzt, äh, wirklich ausführlich drüber sprechen werden, ist hier eben diese Serie. Es ist aber nicht der erste Versuch, das Ganze, ja, cinematisch zu adaptieren. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich war damals, als ich halt gehört habe, oh, man will das Ganze für die Leinwand adaptieren, war ich durchaus interessiert. Ja, dann bei dem Ergebnis eher nicht so. Wir hatten ja im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen. Äh, du hast die Legende von Argen nie gesehen? Ich kann mich noch erinnern, dass ich das mitbekommen hab, dass es das gab. Mhm. Und ich weiß, ich hab dann auch Jahre später mal irgendwie den Film angefangen, wo der auf Netflix lief und ich Netflix hatte. Mhm. Aber ich hab's halt auch abgebrochen nach, wie lange, paar Minuten. Ja. Ich bin nie weitergekommen. Ja. Es, 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 es reichte dann wirklich. Also ich hab ihn, ja. Ich hab ihn jetzt nicht, wer weiß wie häufig gesehen, aber wie gesagt, ich habe damals einen Audiokommentar aufgenommen mit meiner Ex-Freundin und das war auch sehr amüsant. Haben wir nie veröffentlicht tatsächlich, aber ich, ich hab den auch nicht mehr. Hat sie sehr abgehatet? Äh, ja. Wir haben, wir waren beide irgendwann nur noch so im, im Modus. Also, oh Gott, wir haben uns dann immer nur noch aufgeregt, was die mit Appa gemacht haben und egal. Ich hab den Film jetzt tatsächlich letztens nochmal geguckt, äh, auch in Vorbereitung auf, äh, die Serie, äh, die ja jetzt hier vor allem im Vordergrund stehen soll und muss sagen, ja, der gewinnt für mich leider nichts an Qualitäten dazu und, also es ist ja nicht nur so, dass es einfach nur eine schlechte Umsetzung ist, der gilt wirklich als einer der schlechtesten Filme der 2010er. Habe ich letztens sogar nochmal in der Liste gefunden, den Film, als Top 1. Ja, ja, und es ist, es ist auch so, weißt du, ähm, das kann man ja immer so ins Feld führen bei so Adaptionen mit halt einer riesen Fanbase oder so, weil Fans sind ja zum einen, also es, es gibt ja, äh, verschiedenste Arten von Fans und es gibt ja auch die, die halt penibel jedes Detail kritisieren, ne? Und es ist aber nicht so, dass der Film nur aus der Warte irgendwie schlecht wäre, er ist einfach auch als Film schlecht. Er ist schlecht erzählt, er ist schlecht geschauspielert, er ist schlecht gecastet. Äh, 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 das Drehbuch ist eine Katastrophe, das guckt sich teilweise, als hätte sich Shyamalan von jeder Folge irgendwie immer nur die ersten zehn Minuten angesehen, also Emnat Shyamalan, muss man ja kurz ein bisschen verifizieren, Regisseur von Werken wie The Happening, äh, After Earth, ja, er hat eigentlich so ein bisschen den Ruf, eigentlich nur einen geschaltenen Film gemacht zu haben und das war in den 90ern, The Sixth Sense, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich hab den nicht gesehen, aber ich kenn den, hat er nicht auch Split gemacht oder wer war das? Ja, er hat doch Split gemacht, genau. Und, äh, den mochte ich auch nicht und, äh, mit Split hat er sich ja so ein bisschen rehabilitiert, äh, in vieler Leute Augen. Den fand ich okay. Ja, ich fand ihn schwierig, aber das gehört jetzt nicht hierhin, Emnat Shyamalan ist an für sich, ja, der ist leider so ein Gurkenkönig geworden und er hat hier nach, weiß nicht, After Earth fand ich ganz schlimm und hier nach, hier vor The Happening, das war auch ein Verbrechen, äh, am guten Geschmack. Ich war skeptisch, als sie das in seine Hände gelegt hatten, ich war noch skeptischer, als rauskam, wen sie da so casten. Wirst du ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass es da damals auch wirklich offene Rassismus-Vorwürfe gab. Äh, das muss ich jetzt hier allerdings auch ein bisschen aufklären, denn die Hauptursache dafür, dass, äh, eben alle, ja, äh, ich sag mal Heldenrollen, äh, weiß gecastet wurden oder kaukasisch und alle Antagonisten der Feuernation mit Indern besetzt wurden, das hängt damit zusammen, dass Katara und Zuko zu den ersten Rollen gehörten, die man gecastet hat und dass man dann um die herum, also basierend auf deren Ethnie alle anderen besetzt hat. Für Zuko wollte man ursprünglich jemand ganz anderen, der ist dann aber ausgestiegen, angeblich wegen Terminproblemen, wohl eher aber wegen kreativen Differenzen, wie das ja immer so gerne heißt. Und mit Katara ist vor allem, äh, ausschlaggebend gewesen, weil diese Nicola Peltz, äh, die hat den Nachnamen nicht nur zufällig, die ist die Tochter des, äh, Großinvestors und, äh, Fondsmanagers, äh, Nelson Peltz. Und das ist jener Nelson Peltz, der gerade versucht, sich in den Aufsichtsrat von Disney zu putschen mit Hilfe von Elon Musk und, ja, der war damals, soweit ich weiß, äh, federführend bei Paramount Pictures, äh, zu denen ja bekanntlich Nickelodeon gehört und die dann ja auch den Kinofilm produziert haben. Ja, und dem ist es vor allem wahrscheinlich zu verdanken, dass, äh, Nicola Peltz gecastet wurde, also der wollte in erster Linie seine Tochter pushen und, ja, da liegen so die Ursachen, also, da muss ich sagen, seh ich jetzt auch ein bisschen anders, äh, weil Ennah Chamalan wurde da schon wirklich sehr lange auch Rassismus vorgeworfen. Ich weiß nicht, wie, wie du das so wahrgenommen hast, aber du warst da auch, glaub ich, noch deutlich jünger, ne? Ich war viel zu jung, ich hab das gar nicht mitbekommen damals. Ja, ist vielleicht auch besser. Also, äh, der Film ist, ist, ist eine absolute Gurke, wirklich. Also, ich, ich kann, ich kann zwei Sachen an dem Positiv hervorheben. Das ist zum einen die Musik von James Newton Howard, äh, mit dem Ennah Chamalan, warum auch immer, immer noch zusammenarbeitet. Äh, großartiger Komponist, hat ja zum Beispiel auch zuletzt Fantastische Tierwesen oder Panem gemacht, ganz große Arbeit macht der eigentlich. Also, also, der liefert wirklich immer ab und auch hier. Und, äh, was auch noch okay ist, ist die Kamera von Andrew Lesney. Da haben sie sich ja wirklich den Kameramann von, äh, der Herr-der-Ringe-Trilogie und vom Hobbit geholt und der hat hier teilweise schon schöne Arbeit geleistet. Also, gerade diese Bändiger-Szenen, da sind halt wirklich lange Plansequenzen, wo die Kamera um die Figuren kreist und um, 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 um den Schauplatz herum. Das ist schon gut gemacht, aber der Rest ist, boah. Also, der, der Klassiker ist wirklich immer noch die Szene, wo zehn Erdbändiger auf dem Boden rumstampfen und ein einziger Felsen durch die Gegend fliegt gegen die Feuerbändiger, die viel zu langsam sind und der Stein ist auch, ach, egal, egal. Äh, es ist, es ist einfach eine Gurke, äh, man sollte sich den vielleicht einmal ansehen und dann vergessen, also, die, äh, Showrunner stehen zwar, also, die, die Showrunner der alten Serie, also, äh, Brian Konietzko und, äh. Ähm, Michael Dante Di Martino. Genau, richtig. Gut, dass wir uns ergänzt haben. Genau. Äh, die beiden, die haben sich, also, die, die stehen im Abspann von dem Shyamalan-Film, aber die haben sich danach auch davon distanziert und, ja, haben auch irgendwann vor ein paar Jahren wohl mal gesagt, dass sie, äh, am liebsten hätten, dass der Film niemals gedreht worden wäre. Ja, ja. Also, aber, äh, vielleicht können wir mit denen dann jetzt die Brücke schlagen, denn, äh, ja, dieser Shyamalan-Film, der hing halt wie so ein Fleck mal an diesem Franchise, was ja eigentlich, ich mein, wenn man bedenkt, diese Cartoon-Serie ist mittlerweile jetzt 20 Jahre alt, also, zumindest das Original, es gibt ja noch hier die Legende von Cora, die muss ich noch sehen. Hast du die gesehen? Nee. Ja, die ist ja auch auf Netflix. Äh, Hashtag No-Ad. Und es kam dann ja so irgendwann, ich glaub so 2017 kam ja auf, hey, die wollen's nochmal versuchen, aber diesmal mit einer Serie, mit einer Live-Action-Serie, nicht mit einem Kinofilm. An Bord sollten auch eben dann die beiden Showrunner sein, die sind dann aber, glaube ich, im Jahr 2020 ausgestiegen, was dann so die Begeisterung im Vorhinein dann doch so ein bisschen gedämpft hat. Wie war das denn bei dir? Was, was war deine Reaktion, als du gehört hast, es kommt eine Live-Action-Serie? Ich denke eher ein bisschen skeptisch. Ich, ich kann mich gar nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich glaube, ich war auf jeden fast skeptisch, ähm, wo ich aber dann den Cast gesehen hab, war ich ein bisschen positiver gestimmt. Aber wes, weswegen warst du skeptisch? Weil der erste Versuch so katastrophal fehlgeschlagen war, oder? Ja, ja, und generell, weil halt so manche Umsetzungen halt von so, äh, animierten Sachen schwierig sind, ja. Ähm, ja, also ich denke, ich hab da direkt halt wirklich Animes im Kopf, ne? Also, jetzt nicht unbedingt, ich rede jetzt nicht unbedingt von Disney-Remix, aber eher so von Anime-Remix, äh, Echtverfilmungen, so. Ja, die haben ja eh nicht so einen positiven Ruf, ne? So von der, von der Qualität. Äh, ja, vor allem nicht bei Netflix, ne? Also, wenn ich zum Beispiel an Death Note denke. Ja. Obwohl der große Game Changer ja jetzt für viele One Piece war, ich hab sie noch nicht gesehen, aber als die rauskam letztes Jahr, da hatte ich den Eindruck, oh, da ist so langsam, hat Netflix jetzt endgültig diesen Anime-Fluch gebrochen. Auch gerne reinhören in die Besprechung von, von Maurice und Aileen, glaube ich, die das für uns, äh, ausführlich, äh, erörtert haben. Schöne Grüße und gerne reinhören. Da, da flammte dann so ein bisschen die Hoffnung auf, hatte ich das Gefühl. Die kam recht positiv an, ja. Genau, und es, es war ja auch, Avatar war ja auch wirklich eine ganze Zeit lang eine ziemliche Blackbox, ne? Also, ich meine, das, wenn man überlegt, das Projekt wurde 2017 angekündigt, 20 sind die Showrunner ausge, äh, ausgecheckt wegen kreativer Differenzen und jetzt kommt das erst dazwischen noch eine Pandemie, äh, unter der es wahrscheinlich auch nicht so leicht war zu drehen und es ist ja auch wirklich, wirklich eine Großproduktion. Also, schon der Shyamalan-Film hat 150 Millionen Dollar verschlungen, wofür auch immer, keine Ahnung. Und, ähm, die Produktion dafür hat Netflix ja jetzt doch, ich hatte immer gelesen, 120, 130 Millionen Dollar in die Hand genommen. Ich muss aber sagen, ich hätte ehrlich gesagt gedacht, es wäre noch mehr. Hätte ich jetzt irgendwie auch gedacht. Vor allem der Cast ist auch so riesig, ne? Ja, aber die sind natürlich auch alle größtenteils unbekannt, ne? Ja, das stimmt, ja. Du hast, äh, Newcomer drin und halt so, äh, Indigene, die zwar schon irgendwie mal zu sehen waren, also zum Beispiel Feuerlord Ozai oder auch ein paar andere, äh, hier zum Beispiel der Onkel Iro-Schauspieler, den kennt man tatsächlich aus The Mandalorian. Ja? Ähm. Stimmt. Ja, als so ein, als so ein X-Wing-Pilif. Stimmt, ja, ich wusste, dass dein Gesicht mir bekannt vorgab. Da schon echt ein sympathischer Dude und hier einfach gut besetzt. Aber ich würde sagen, ähm, mit dem ganzen Vorgeplänke hier springen wir jetzt wirklich mal rein. Die Serie ist ab dem 22. auf Netflix zu sehen, exklusiv acht Episoden. Wir konnten sie aber schon vorab sehen und wir durften nicht nur kurz mal reinlinsen oder so, sondern wir durften alle acht Episoden sehen. Das ganze Ding. Alle dick dran mit Work in Progress. Ich hab mich teilweise allerdings schon gefragt, weswegen, also wir müssen dazu sagen, also ich hab's, ich hab's im Wechsel geguckt, äh, die, die erste Folge war ja noch auf Englisch und das, äh, Doppelfolgenfinale auch, der Rest war aber auf Deutsch. Ach, war das so, dass die ersten zwei Folgen auf Englisch waren? Die erste war auf Englisch. Die erste, die siebte und die achte waren noch auf Englisch. Weil ich, ich hab es Englisch angefangen, dann hast du ein paar Episoden geguckt und dann war es auf Deutsch eingestellt und ich hab's dann einfach gelassen, weil ich mich auch daran erinnert hab, dass du gesagt hast, dass da die Original-Synchro-Sprecher zum Teil fast alle da sind, ne? Ja, ja. Nicht alle, aber schon einige. Viele. Zum Beispiel, äh, Sokka, Katara, Zuko sind die Originalstimmen aus dem Karton. Asula auch. Asula, ja. Und, ähm, dann bin ich bei Deutsch geblieben. Weil ich es so fantastisch fand. Ja, ja. Das, äh, da setzen sie eben schon das, äh, fort, was sie bei One Piece gemacht haben, ne? Da haben sie ja auch wirklich alle möglichen Hebel in Bewegung gesetzt, die Sprecher ranzuholen. Ich glaub, selbst Suki, selbst Suki hat dieselbe Stimme. Und das ist ja auch, äh, das ist ja Manja Döring, die spricht ja zum Beispiel Natalie Portman seit ewigen Zeiten. Finde ich ganz, ganz großartig. Und auch die anderen, also natürlich, ja, Argen geht natürlich nicht, aber Julia Kaufmann, äh, als, als Katara und auch hier der, da weiß ich jetzt leider den Namen nicht, hier Sokka, der, den kennt man zum Beispiel oft von Shia LaBeouf hat der ganz oft gesprochen. Ich find's auch schade, dass Iro nicht seinen Alten bekommen hat. Der ja leider verstorben ist, ne? Ja, das ergibt dann Sinn. Wobei ich da sagen muss, äh, mit der Iro-Stimme hier im Deutschen mit der Neuen, das ist ja, glaub ich, Marco Kröger, der spricht ja zum Beispiel auch, also der hat lange Zeit, äh, in Spongebob Patrick Star gesprochen. Und, ähm, ich musste mich, ich musste mich hier ein bisschen an ihn gewöhnen, auch wenn er nicht so, also der, der hat nicht so die Wärme in der Stimme, find ich. Und ich kenn den halt größtenteils aus fiesen Rollen. Er war gewöhnungsbedürftig, fand ich auch. Aber er hatte trotzdem, trotzdem gut gemacht. Aber hey, äh, bevor wir uns jetzt hier völlig verfahren, wir sind jetzt hier fast schon eine halbe Stunde am Quatschen. Wow. Für die Leute, die noch nie irgendwas von Avatar gehört, gesehen oder sonst was haben, magst du mal kurz die Leute ein bisschen ranführen, was das jetzt hier eigentlich genau ist? Gerne. Die Serie spielt in einer Welt, in der Menschen die vier Elemente Wasser, Feuer, Luft und Erde bändigen können. Allerdings ist diese Welt seit vielen Jahren von einem Krieg, den die Feuernationen begangen, zerruttet. Nur der Avatar, Herr der vier Elemente, kann Frieden bringen. Doch er verschwand. 100 Jahre verging und mein Bruder und ich entdecken den neuen Avatar. Und mein Bruder und ich. Das ist auch, ähm, äh, ich hatte letztens ein Video von Cinema Strikes Back gesehen und da redet Xenia, schöne Grüße, äh, über, über das Ganze und wie sie die Handel-Uhr erklärt, sie hat halt wirklich eins zu eins diesen Monolog von Katara aus dem Intro. Das hätten wir eigentlich auch machen können, weil der, das erzählt es ja perfekt. Eigentlich schon, ne? Ja. Warte, warte, ich sag's, ich sag's jetzt nochmal kurz zu Ende. Sorry. Also 100 Jahre später finden die Geschwister Sokka und Katara den neuen Avatar. Dieser muss nun lernen, die vier Elemente zu beherrschen, aber vor allem sich in seiner neuen und sehr verantwortungsvollen Rolle zurechtzufinden. So. Ja, super, dankeschön. Und sorry für die Unterbrechung. Nein, fand's lustig. Ich wollte das sogar auch einbringen und du bist mir zuvor gekommen. Was denn mit Xenia oder was? Nein, das wird 100 Jahre Faking. Achso, ja. Ja, aber das passiert so. Aber man merkt halt daran schon, wie ikonisch dieses Intro ist. Es ist ikonisch. Wie man das internalisiert hat, weil ich weiß nicht, wie es dir geht jetzt aber auf Netflix. Ich hab's nicht übersprungen. Ich hab's nicht übersprungen, weil ich's einfach mag. Ja, ich lieb's auch. Da können wir jetzt vielleicht auch gut anknüpfen. Nochmal vorab, wir werden hier wahrscheinlich ein paar Sachen milde spoilern. Wir haben starke Auflagen von Netflix bekommen, denn das Embargo für das Ganze fällt wirklich erst dann, wo ihr das hier hören könnt. Also zumindest für Kritiken, für Social Media ist es, glaube ich, jetzt ... Ja gut, wir müssen dazu sagen, wir nehmen das jetzt hier Montagabend auf vor Release. Aber jetzt dürfen wir so oder so frei drüber sprechen. Also es ist eigentlich kackegal, was wir ... Also wir müssen uns jetzt hier nicht mehr an irgendwelche Restriktionen halten. Wir werden aber trotzdem, glaube ich, ein bisschen spoilern. Das lässt sich nicht vermeiden. Und die Spoiler werden sowohl gelten eben für die Live-Action-Serie als auch wahrscheinlich den alten Anime, weil wir ja so ein bisschen auch auf Unterschiede eingehen wollen. Und einer der ganz, ganz großen Unterschiede, da können wir dann jetzt, glaube ich, schon gut den Bogen schlagen und da anknüpfen, ist ja der Anfang der Serie, also der Live-Action-Serie. Wie hat dir das gefallen oder was war so deine Reaktion? Ich war sehr überrascht und ich fand's aber eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also ich hab's gesehen und ich war nur so, okay, so. Aber ich fand es einen sehr interessanten Einstieg. Also fand ich sehr interessant gewählt, dass sie uns quasi so mit an die Hand führen und wir dann quasi da schon den Feuerlord treffen. Und sie da eben auch wirklich was ausfleischen, was in der Serie immer nur so angedeutet wurde. Nämlich auch so ein bisschen die Vorgeschichte von Argen. Ja. Und da macht die Serie auch für mich nochmal eins klar. Das ist der große Unterschied, aus meiner Sicht zumindest, gegenüber dem Anime. Weil sowohl der Anime als auch der alte Shyamalan-Film, die beginnen mit Sokka und Katara. Und haben auch größtenteils Off-Text von Katara. Das hat Shyamalan eins zu eins übernommen und trotzdem diesen elendig langen Fließtext eingeführt, was eigentlich schon die Filmsünde Nummer eins ist. Aber hier ist die Herangehensweise grundlegend anders. Und das mache ich daran fest, dass die Serie eigentlich im Gegensatz zu der alten aus der Sicht von Argen eigentlich erzählt wird. Oder wie siehst du das? Oha. Verstehe. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Okay. Ach so, aber ja. Okay, kann ich verstehen, ja. Stimmt. Aber das würde noch andere Sachen mehr erklären. Mhm, zum Beispiel? Auch nochmal so ein bisschen mehr der Fokus auf Gyatso und seiner Beziehung. Ja, ja. Was ich sehr schön fand, übrigens. Das wurde auch total ausgebaut. Das hat mich auch richtig glücklich gemacht, muss ich sagen. Das fand ich richtig, richtig schön. Also war auch emotional echt super. Und dieser Einstand, den fand ich klasse. Also wobei man muss dazu sagen, sie fleischen zum einen das aus, sie übernehmen aber auch in einzelnen Momenten die Ikonografie des Vorspanns. Ist dir das aufgefallen? Ja. Das war super, oder? Ja. Also das haben, ja, die haben das ja wirklich da in diese Szene einfließen. Das meinst du, dass er im Wasser stammt? Zum Beispiel das oder halt auch Argen, der vor diesem Horizont steht. Stimmt, stimmt auch, ja. Na? Ja, ja. Das ist richtig schön. Das war auch schön gemacht. Also ich muss generell sagen, man kann einfach zusammenfassen, dass die Serie sehr viele Aspekte übernimmt, die dann aber auch verändert und ihn aber zum Teil, und das ist auch wirklich eine Stärke, ihn mehr Tiefe gibt. Ja. Das war wirklich krass. Das ist, das ist aber letzten Endes auch das, was sie versprochen hatten. Der, äh, Showrunner Orbit Kim, äh, der hat ja, äh, vorher so, an so Serien wie Sleepy Hollow unter anderem mitgewirkt. Also dieser, äh, Realserie zu Sleepy Hollow, die ja glaube ich in der heutigen Zeit spielt. Und der hat ja gesagt, äh, die wollen ja gar nicht irgendwie das, das Werk großartig jetzt umschreiben oder was, sondern sie, also natürlich anpassen, das ist klar, da kommen wir vielleicht auch noch im weiteren Verlauf zu, aber sie wollen, sie wollen das Universum auch so ein bisschen erweitern und ausfleischen. Und das haben sie vor allem mit diesem Prolog geschafft, den ich wirklich großartig fand, der wahnsinnig stimmungsvoll daherkommt, der auch direkt die Luftnomaden, äh, einführt als Gesellschaft, die das, äh, also auch nochmal die ganzen offensichtlichen Verweise auf Buddhismus, Hinduismus, die ja auch schon, äh, in der Vorlage vorhanden sind, die sind hier nochmal deutlich stärker, wie ich finde. Oder einfach sehr eindeutiger inszeniert, ne? Ja, das stimmt. Also ich find, ich find das eigentlich auch sehr gut, dass man das so gelöst hat, weil normalerweise hätte man ja die Backstory dann in einem Flashback erzählt von Aang. Mhm, da gibt's eine ganze Folge, glaub ich, ne, in der alten Serie. Ja, das haben sie einfach vorgezogen. Ja. Genau, ja, das ist eigentlich einfach vom Storytelling her einfach eine sehr schlaue Idee gewesen. Ja, total. Vor allem für Leute, die keine Ahnung haben. Und das verleiht dem Ganzen von Anfang an, also das, das fand ich einfach schön, das verleiht dem Ganzen von Anfang an Eigenständigkeit. Ja. Ja, natürlich ist es dieselbe Geschichte, aber du musst dich natürlich auch fragen, ich mein, klar, es ist jetzt geil in Live-Action, ja, aber auf der anderen Seite musst du dich fragen, wenn man das jetzt nochmal neu verfilmt, dann muss das dem Ganzen ja irgendwie was hinzufügen oder was Eigenes machen. Und dass die schon direkt am Anfang, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe schon auf diese Szene gewartet mit Zocker und Katana. Ja, same. Durch die Gildenschippern, weil Shyamalan das eben auch so gemacht hat. Ja. Es kommt ja, aber es kommt erst nach 20 Minuten, würde ich sagen. Ja. Ne? Und das, das hat für mich sehr gut funktioniert. Sie übernehmen auch, natürlich übernehmen sie, also nicht nur, hatte ich ja gerade schon und meint, äh, nicht nur diese Pose von Arm vom Horizont aus dem Intro, sondern eben auch die Bändigungskräfte, ne? Ja. Das, äh, ist auch wunderschön und da merkt man auch, da haben sie wirklich auch mehr Liebe zum Detail walten lassen als Emnat Shyamalan, weil während da, äh, die, die Bewegungen des Bändigens einfach nur irgendwelche, ja, eben Bewegungen sind, weiß ich nicht, wirkt auf mich überhaupt nicht glaubwürdig. Natürlich haben sie hier das wieder aufgegriffen, was ja schon im Anime an der Tagesordnung war, nämlich, dass diese Bändigungskräfte oder eben diese, die, 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 diese Bewegung, das Movement, dass das wirklich auf realen Kampfsportarten basiert, ne? Also zum Beispiel Wasserbändigen ist Tai Chi in vielen, in vielerlei Hinsicht. Sie haben das natürlich abgewandelt, aber schon bei der alten Serie hatte ich jetzt auch, äh, gelesen, dass sie da sich auch wirklich schon, äh, Martial-Arts-Experten rangeholt haben, um dann wirklich genau zu gucken, dass das auch wirklich dazu passt, wie sie sich das vorstellen, ne? Das wusste ich sogar gar nicht. Das ist ja echt spannend. Finde ich, finde ich unglaublich toll, diese Liebe zum Detail. Aber, ähm, man hat das auf jeden Fall gemerkt, weil die Bewegungen sahen klasse aus. Also beim Bändigen. Ja, generell, das, das wirkt alles so, weiß nicht, Katara, die zum Beispiel Wasserbändigt und, äh, auch... Ja, das sieht auch so elegant aus, wie halt so, weißt du, so, wie Wasser, wie das fließt. So waren die Bewegungen einfach so elegant. Ja, ja. Ja, fließend, genau. Wortwörtlich. Und wiederum, Sukos waren so aggressiv, ne? Ja. Wie halt Feuer auch ist. Ja, haben halt ihren eigenen Kampfstil natürlich auch so, ne? Wobei die den alle erst so finden müssen. Suko hat den ja schon mehr oder weniger vom Anfang. Lass uns mal generell darauf kommen, also das Intro, wie gesagt, hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Es hat mir aber auch, und da können wir halt auch mal so zum Production Value kommen. Ja. Die Serie sieht ziemlich, ziemlich großartig aus, ne? Ja. Ja. Also... Kostüme auch. Ja. Das, ich, ich muss sagen, da waren schon Stellen, da dachte ich mir so, oh, scheiße, das hätte ich doch gern auf der Leinwand gesehen. Echt? Weil alles wirklich, es sieht so gut aus. Also gut, im weiteren Verlauf gibt's dann Stellen, da ist mir dann persönlich zu viel, es ist ja jetzt so diese, diese Technik, die The Mandalorian angestoßen hat, Stagecraft oder The Volume wird das ja mittlerweile genannt, ne? Dass du halt irgendwie Leute vor digitale Leinwände stellst oder, oder, äh, digitale Screens und dann da da was drauf projiziert wird. Das kam mir manchmal ein bisschen zu stark zum Einsatz. Ich find, man hat das manchmal auch sehr gesehen. Ja, ja. Ja. Ja, vor allem, wenn die auf Upper geflogen sind. Ja, oder auch, wenn die im Wald unterwegs waren, ne? Ja, ja, das hat, das hat man schon gesehen, muss man sagen. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, kann ich dem Ganzen so eine gewisse Künstlichkeit auch gar nicht übel nehmen, weil es ist ja irgendwo ein Cartoon, ne? Ja. Und auch eine fremde Welt. Also ich muss sagen, es hat mich nie rausgerissen. Es wurde nie an Kenny oder so. Nein, auf keinen Fall. Dafür ist das Ganze einfach so hochwertig produziert. Und das trifft auch auf, du meintest ja schon, äh, äh, die, die Schauspieler, die passen da auch wunderbar ins Setting. Und ich finde, sie haben da auch ein schön, schönes Gleichgewicht gefunden, weil, ähm, gerade bei so Anime-Stoffen, die in real umgesetzt werden, sieht das halt gerne mal wirklich aus wie Cosplay. Und das sind ja alles sehr knallige Farben und Kostüme, die die hier tragen. Aber das wirkt überhaupt nicht billig. Also gerade der, äh, gerade bei den Kostümen siehst du wirklich den Aufwand, ja, halt wirklich das Production Value oder wie, wie hat das auf dich gewirkt? Ja, wirklich. Also von vorne hinweg bis zum Schluss, ich fand die Kostüme wirklich richtig toll. Weil auch, wie nah das halt wirklich am Cartoon war, ne, muss man ja auch sagen. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Bis in die Details halt rein, ne. Ja, die sehen, also wirklich, äh, Leute, die, die vielleicht die Trailer gesehen haben und dann jetzt dann die Serie, also wirklich, das, die sehen aus, als wären die aus dem Anime gesprungen und real geworden teilweise. Und zwar wirklich bis, bis in die kleinsten Details der Kostüme. Ja, deshalb, äh, wo ich dann auch den Cast zum ersten Mal gesehen hab, deshalb war ich halt dann auch überzeugter von der Serie, weil ich find zum Beispiel auch so Sokka, der Schauspieler jetzt, Sokka sieht einfach aus wie Sokka. Ja, ja. Findest du nicht? Ja, total. Der passt wie die Faust aufs Auge. Aber Katara auch. Ja. Eventuell, äh, eventuell ist Katara sogar die beste Besetzung, diese, ähm, ach Gott, die hat ja, glaub ich, sogar einen indigenen Namen. Kia Ventio? Ja, genau, äh, lassen wir es jetzt mal so, du hast es falsch ausgesprochen, nicht ich. Ähm, schiebe ich dich vor. Ähm, wie ich das gesehen hab, das ist, glaub ich, ihre erste wirklich große Rolle. Und die macht, die macht das großartig. Ja. Und Aang ist, ist, ist auch, ist ein absoluter Treffer. Ich liebe Aang. Ich find den auch so, also, ich find den auch irgendwie so süß, weißt du, der porträtiert das so perfekt, diese Unschuld, dieses Kindsein, weißt du? Und wie stark er dann aber trotzdem Emotionen spielen kann. Und vor allem auch in, äh, wirklich emotionalen Szenen, also vor allem mit hier, äh, Mönch Yatsu, ne, und, äh, also eben seine, seine Mentorenfigur. Ja. Und, äh, dann auch dieses, ja, dieses Dilemma oder diese, diese Schuldgefühle, ne, von wegen, ich war jetzt hier irgendwie hundert Jahre eingefroren und ich hab die Welt im Stich gelassen und das wird ihm ja auch von manchen auch vorgeworfen dann, ne. Fand ich auch sogar, glaub ich, noch mal ein bisschen intensiver als im Cartoon. Durchaus, äh, da kann man aber vielleicht generell auch mal so ein bisschen auf die Tonalität zu sprechen kommen. Wir hatten ja schon gesagt, die Serie zeichnet aus, dass sie ein wunderbares Gewicht hat zwischen, ja, ich würde sagen, fast schon Drama, weil hier sind wirklich schon, also, noch mal, die alte Serie ist ein Cartoon auf Nick gewesen und da tauchen teilweise Themen auf wie, ja, weiß ich nicht, Kriegspropaganda, Kriegsgefangenschaft, alles Mögliche. Ja. Und trotzdem blieb dabei aber immer der Humor erhalten. Emnard Shyamalan hat den Humor aus sämtlichen Figuren herausgesaugt. Sokka ist bei ihm einfach nur eine leere Hülle, die Jackson Rathbone dann ausfüllen durfte. Äh, falls den heute keiner mehr kennt, er spielt, glaub ich, irgendeinen Vampir in Twilight und war dann aufgrund dessen hier, äh, also in, in dem Shyamalan-Film vertreten. Mit dem Humor, du meintest ja gerade schon die Leichtigkeit bei Ahn. Ich würde nicht so weit gehen, dass es so ist wie Maneme. Nee. Weil, äh, allein schon, wie er das erste Mal Zuko gegenüber tritt, ich hab das halt jetzt echt schon mal gesehen, ich mein, der kommt auf einem Binguin angeschnitten. Und das ist ja auch, das ist ja auch die erste Amtshandlung, wo er aus dem Eisberg kommt von weg, ah, ich hier, ich sterbe fast, ja, komm mal näher. Hey, willst du mit mir Pinguin schlitten? Das, das ist in dem, in dem, äh, in der Live-Action-Serie nicht drin. Das wäre auch, glaub ich, ein bisschen arg weird gewesen. Ja. Aber, und das kann ich schon mal sagen, sie haben irgendwie ein schönes Gleichgewicht gefunden zwischen Ernst und Humorvoll, oder wie siehst du das? Ich muss sagen, die Serie hat auf jeden Fall weniger Humor als, ähm, die animierte Version. Der Anime. Ja. Ich weiß, ich weiß mal nicht, ob man das überhaupt Anime nennen darf. Ist umstritten, ja. Weil es nicht was Japan. In den Kommentaren kriegen wir auf den Sack wahrscheinlich, ja. Ja. Auf jeden Fall weniger Humor, finde ich, als das Original. Mhm. Aber ich, ich glaub, es wär auch nicht gut gewesen, hätte es dieselbe Menge an Humor, weil dann hätte es, ähm, die Ernsthaftigkeit verloren. Ja. Ja. Ich find, im Anime kann man das, ich mein, da sind auch viel mehr Folgen gewesen. Ja, klar. Und da hätte, da konnte man das wahrscheinlich einfach leichter auch einbauen. Mit Sicherheit, ja. Aber trotzdem war es hier, es hatte lustige Szenen und es hatte auch zwischendurch immer wieder diese Leichtigkeit, deshalb eigentlich sehr gut gemacht. Und es hat, es hat, ich habe es, glaub ich, zu dir geschrieben. Ja. Ja. Als wir anfingen, die Serie zu gucken. Ja. Es hat einen bestimmten Running Gag, bei dem die Fans wahrscheinlich vor Freude an die Decke springen werden. Und ich kann es jetzt hier verraten, ja, der Kohlkopfmann ist dabei und er wird sogar von demjenigen, welchen gespielt, James Sear oder so ähnlich, der den schon in der alten Trickserie gesprochen hat. Ich fand das so gut, ich habe das gesehen, ich habe das ja vor dir gesehen. Ja. Und ich dachte so, weil du noch so meintest, so, ich hoffe, er ist da und ich habe mir so richtig ins Fäustchen gelacht. Ich so, hihi, da würde sich jemand freuen. Und er kommt vor allem nicht nur einmal vor. Nein. Wie halt auch im Anime. Er hat die besten Kohlköpfe in ganz Barsingsee, ja. Ja. Da können wir aber vielleicht auch mal so dazu kommen, was so die Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind. Du hast ja schon gemeint, natürlich deckt diese Serie nicht alle Folgen des Anime ab. Also es sind ja acht Episoden. Man merkt auch, sie haben versucht eigentlich immer so drei Episoden der alten Serie, die ja so 20 Minüter waren, ja mehr oder weniger in eine lange Episode zu stecken. Das heißt aber nicht, dass sie hier den kompletten Anime nacherzählen. Wobei ich da sagen muss, ich hatte für einen Moment sogar das Gefühl, weil ich hatte den Eindruck, dass sie sich am Anfang doch relativ viel Zeit nehmen und dachte dann so, hm, weil sie im Vorspann nämlich auch nicht irgendwie schreiben Buch 1. das hat ja selbst M. Night Shyamalan gemacht, sondern da stehen einfach immer nur individuelle Titel und dann dachte ich mir so, hm, spalten die vielleicht doch Buch 1 in zwei Staffeln auf. Nee. Aber nee, sie enden am selben Punkt wie die Trickserie und skippen dabei auch eine ganze Menge, ne? Ja, muss man sagen. Also es ist ja halt immer so eine Schwierigkeit. Es ist so ein schmaler Grad immer zwischen wie viel macht man jetzt nach, wie viel verändert man und man muss halt sagen, die haben dann jetzt halt hier versucht, einfach sehr viele Aspekte aus unterschiedlichen Folgen in eine Folge zu packen und dann zum Teil sogar zu verbinden. Und ich fand eigentlich im Großen und Ganzen war das gut, weil dadurch sind auch zum Beispiel auch neue Ideen entstanden. Sachen haben sich verändert, aber dann auch wieder ins Positive verändert, dass dann halt wieder dieser Aspekt kam, dass man mehr Tiefe reinbekommen hat. Also das wirkte alles eigentlich sehr durchdacht. Kann ich mich dir anschließen. Es ist natürlich an vielen Stellen ganz typisch für eine Adaption. Also was machst du bei einer Adaption? Du legst Figuren zusammen, du kombinierst, also du raffst generell erstmal den Stoff und du kombinierst auch Handlungsstränge miteinander. Und das machen sie hier in einer Folge tatsächlich sehr auffällig und zwar in der dritten. Ich hab mir das im Hinblick auf die, also ich hab natürlich nicht alle Folgen von Staffel 1 jetzt geguckt, aber ich hab mir mal so Episodengeights angeguckt und in die dritte Folge, die in Omaschu spielt, der Stadt des Erdkönigreiches, also da haben sie Teile des Plots aus der Omaschu-Folge der alten Serie. Sie kombinieren das aber noch mit zwei oder sogar drei Elementen aus anderen Folgen, die später kamen und dann hier so ein bisschen graff wurden, ne? Ja, die sogar um einige später kamen. Aber das hat mir eigentlich gefallen und auch wenn das jetzt, weil du jetzt meintest von wegen, sie haben es reingepackt und ich meine jetzt auch, sie stopfen irgendwie drei Handlungsstränge in eine Handlung, die eh schon eigentlich da ist. Das hat so alles ein Für und Wider, aber ich kann sagen, so schreibt man eine Adaption in meinen Augen und es hat mich auch nicht gestört. Es wirkte, es wirkte auch nie überladen, sag ich ganz ehrlich. Und wenn die Serie 1 hat und das, das haben sie wirklich rüber retten können vom Original, diese Serie hat eine unglaubliche Kurzweiligkeit. Ja. Also die kannst du so wegbinschen, finde ich. Ja, definitiv. Ne? Also acht Episoden, eine Stunde, ging schnell weg. Also ja, es gehen nicht alle eine Stunde. Ich glaube, die, die, äh... Manche gingen 50. Genau, so 50, 55. Ich glaube, die erste ging so eine Stunde. Der, der Pilot ist auch, ja, der, der ist relativ lang, aber das ist, das ist die pure Kurzweil für mich gewesen, weil auch einfach immer was passiert. Also du hast nie das Gefühl, dass jetzt hier irgendwie, also weiß ich nicht, jetzt hier der Avatar, die hat 20 Episoden, da gibt's natürlich auch mal Filler-Folgen, ja. Ähm, aber die hast du hier gar nicht. Ich hab eigentlich den Eindruck, dass sie sich wirklich angesehen haben, was in den einzelnen Folgen ist, was sie gerne hätten, was so die Essenz ist von, von der Geschichte. Ja, genau, das fand ich auch. Das fand ich, genau, das fand ich auch. Und vor allem so wichtige Nebenfiguren haben die trotzdem immer noch versucht reinzubringen. Wie zum Beispiel Jet. Genau, der allerdings so ein bisschen aus dem Plot verschwindet eigentlich fast schon. Das stimmt, ja. Also der kommt eigentlich gar nicht mehr vor. Aber er wird wahrscheinlich nochmal aufgegriffen werden. Der wird, das möchte ich hoffen, weil ich fand das sehr interessant. Also die, die Ambivalenz da einfach auch, ne. Also. Ja, der muss eigentlich in der zweiten Staffel nochmal aufgegriffen werden. Der, der kommt auch nochmal vor. Das, da meine ich jetzt auch, der taucht ja selbst in dem Theaterstück auf, was die danach spielen in der Feuernation, ne. Ähm. Naja, egal, ähm. Was ich da allerdings noch anmerken kann, also da, da hast du schon recht, das, also insgesamt gefiel mir das. Ich muss aber sagen, dass sie da auch ein bisschen, und das, das hat vielleicht diese dritte Folge da auch so ein bisschen dran gehindert, oder auch die vierte. In der vierten kommt ja sogar noch, also ohne das jetzt hier vorwegzunehmen, weil, das sollte man selber sehen, glaube ich. In der vierten taucht etwas auf, was eigentlich aus der zweiten Staffel ist, im Hinblick auf Omaschu, ne. Ja. Aber da haben wir es auch wieder, und das, das hat mir, es hat mir echt gefallen, wie sie das gemacht haben. Also die, du merkst halt wirklich, die haben geguckt, was hängt in der ersten Staffel mit Omaschu zusammen, was hängt in der zweiten damit zusammen, und was können wir da einfach mit zusammenraffen. Kehrseite der Medaille ist allerdings so dieser ganze Plot um Bumi. In der Serie, ich hab's mir noch mal angesehen, wird das da ja als, ja, als große Wendung irgendwie präsentiert, dass das wirklich sein Freund Bumi aus Kindertagen ist. Hier ist das nicht so, und ich kann zwar verstehen, warum sie es gemacht haben, was mich aber gestört hat, sie haben der Beziehung zwischen Aang und Bumi, als sie Kinder waren, zugebracht. Zu wenig Zeit eingeräumt, und deshalb stimmt dann leider so dieser, diese Klammer nicht, die sie da auch schließen. Wie, wie siehst du das? Ich fand, ich fand leider die ganze Stelle mit Bumi irgendwie, ich, das fand ich in Folge drei irgendwie richtig langweilig. Also nicht so schlimm langweilig, aber ich fand das den ganzen Teil mit Bumi irgendwie so nervig, ich weiß nicht warum. Ja. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das im Cartoon war. Ja, im Cartoon sind da ja so ein paar Prüfungen, auf die wird im Hintergrund angespielt mit seinen Haustieren. Ja, ja, genau, genau, ja. Ja, es wird vor allem auch, wie gesagt, es ist, es ist ja eine große Enthüllung am Ende der Bumi-Folge, dass das wirklich sein Freund aus Kindertagen ist. Und das ist hier eigentlich von Minute eins an klar. Ja. Und der Aufbau dahin stimmt nicht so. Und da ist dann ja, also auch wie die Folge abgeschlossen wird, es war total lustig, wie die dann da runterfahren mit diesen Dingern und dann auch noch der Kohlkopfmann, das ist ja wirklich eins zu eins. Aber du hast halt, also ich weiß nicht, ob sie das, vielleicht haben sie das noch aufgeschnitten, aber um diese Klammer zu haben von damals und heute, hätten sie halt auch zeigen müssen, wie der junge Aang und der junge Bumi da runterfahren. Ne? Das hat gefehlt, das hat gefehlt, das gefiel mir nicht so. Ja, stimmt, stimmt. Und auch andere Aspekte legen sie zusammen. Ich schmeiß einfach mal Co. den Gesichtsräuber in den Raum. Äh, das war auch so ein bisschen. Ja. Hm, wie, wie, wie hat dir das gefallen? Ähm, boah, ich muss sagen, in meinem Kopf ist gerade so ein Durcheinander, weil ich die ganze Zeit trennen muss, okay, das war Real-Life-Verfilmung, das ist die animierte, also der Anime. Das ist krass, so richtig schwierig. Also ich weiß auch noch, dass, ähm, das kam doch eigentlich alles gar nicht auch mit dem einen, ähm, mit Ruko, dem Wasserbändiger-Avatar, das kam ja alles gar nicht vor, ne? Ruko ist doch, ist doch, glaube ich, Feuer, oder? Ah, nee, nicht Ruko. Ja, Ruko war Feuer. Nee, wie hieß der nochmal, der Wasserbändiger, der kam jetzt in der letzten Folge. Kuruk. Turuk. Hm? Das hatten die, kam das im Cartoon vor? Anders, glaube ich. Und, äh, Co. taucht im Finale des Cartoons auf. Stimmt, ja, das war ja dann so, dass das bei den Wasserbändigern so war, als er da war. Mhm, genau. Ja, und hier haben die das dann verknüpft mit der Storyline, mit dem Nebel, mit der Geisterwelt. Die ich mochte, die Folge. Ich auch. Also, äh, vor allem geht die ja schon wirklich so ins, ja, wirklich schon psychologisch eigentlich fast, ne? Also, äh, das fand ich auch, also auch, ähm, hast du, hast du auch gesehen, wie die Folge heißt? Masken? Äh, nee, das, das, das war die sechste, die, äh, fünfte hieß Weggezaubert im Deutschen und im Englischen. Spirited away. Genau, genau. Du kannst mir sagen, was du willst, das ist eine bewusste Referenz und wenn du dir auch Co. ansiehst, Co. hat was vom Ohn-Gesicht, ne? Hat es auch. Und dann das mit der ganzen Geisterwelt. Genau. Und auch, dass, das Arng, äh, äh, Spoiler für, für Chihiros Reise ins Zauberland, wie der im Deutschen heißt, haben wir auch im Ghibli-Cast damals besprochen, gerne reinhören. Wie oft sage ich in diesem Podcast gerne reinhören? Egal. Ähm, auch dann halt so dieser Plot, dass, dass er sie halt zurückholen muss, ne? Also, wenn du das jetzt auf Chihiro überträgst, dann ist das, also, was bei Arng, Sokka und Katara sind, sind hier dann, äh, bei Chihiro die Eltern, ne? Das ist eigentlich auch sehr ähnlich. Einfach so ein kleines Augenzwinkern. Ja, das fand ich, als ich diesen Titel gesehen habe, dachte ich, ich spinne, das ist so geil. Ja. Und. Aber darf ich da nochmal kurz einhaken? Ja, klar, klar. Was ich da richtig toll fand, an der Folge, dass, ähm, ich glaub, das kam auch ja nicht im Cartoon vor. Es wurde nur gesagt, aber es kam nie vor. Zum Beispiel, dass der Tod von Kataras Mutter gezeigt wurde, von Katara und Sokkas. Ja. Wie die gestorben ist, dass das for real gezeigt wurde und halt auch diese Sache mit, ähm, Sokka und seinem Vater. Das war auch so interessant zu sehen. Tolles Szenen. Ja, wirklich. Ganz, ganz tolles Szenen. Also, allein dieser Wechsel, dieser fließende Wechsel einmal von der jungen zu der noch jüngeren Katara. Das war so gut. Das war, äh, aber da, da hast du auch schon gemerkt, dass die Serie sich auch an eine andere Zielgruppe richtet als der Cartoon, weil, äh, schon in der Eröffnungsszene sieht man ja schon, wie Ozai jemanden verbrennt, ne? Ja, stimmt. Und das war schon ganz schön heftig. Ich muss dazu sagen, ich hab die, die Screener teilweise mit, äh, mit meiner Mutter geguckt. Schöne Grüße, wenn du das hier hörst. Und, äh, die hat mich dann teilweise so angesehen und meint so, das ist die Verfilmung von einer, von einer Trickserie für Kinder. Ja? Also, die war dann teilweise schon, also auch Co und so, das fand sie schon echt creepy. Ich fand das auch schon creepy. Und es war gut, es war gut umgesetzt, also. Ja, schon. Ah, das CGI ist da teilweise wirklich großartig. Das war echt krass. Alle, alle Kreaturen, alle Kreaturen sehen geil aus. Ob es Appa ist, ob es Momo ist. Momo setzen sie sparsam ein, weil, weil der wahrscheinlich echt schwer zu animieren ist. Aber, ähm, das, ach, das, das passt alles. Das passt alles, wirklich. Und. Aber zu den beiden muss ich auch was sagen. Ja, sag ruhig. Was für mich ein negativer Punkt ist. Mhm. Appa und Momo kommen mir zu kurz. Ja, ist eben CGI, ne? Ja, ich weiß, warum es ist, weil die wahrscheinlich auch echt in dem Sinne teuer sind, ne? Ja. Aber, ähm, ich find's halt ein bisschen schade, weil die im animierten, ähm, in der animierten Serie halt wirklich einfach so einen eigenen Charakter haben. Mhm. Weißt du, und hier, das ist halt leider komplett weg, so muss man sagen. Ja. Ja, aber ich kann verstehen, warum. Ja, so Momo hat noch ein bisschen Charakter, find ich. Ja, aber Appa gar nicht. Ja, aber, Appa ist halt so in erster Linie Plot-Device und Transportmittel. Ja. Ich glaube aber, dass da noch ein bisschen mehr kommt und ich meine, zumindest er hatte am Anfang, in den ersten 20 Minuten eben dieses Prologs, hat er eine sehr schöne, emotionale Szene mit Argen. Ja. Ähm, und, äh, ändert nichts daran, dass er, dass er einfach famos animiert ist. Also, allein, wenn ich mir angucke, wie unfassbar kacke der bei Shyamalan aussah und auch komplett seelenlos und, ach Gott, egal. Äh, und das ist hier auf jeden Fall Schritt in die richtige Richtung. Ich meine, vielleicht stört es auch nur mich, weil ich so ein Appa-Fangirl bin und ich ihn liebe. Ich liebe den auch. Also, der ist für mich eine Kombination, also habe ich jetzt auch nochmal im Nachhinein festgestellt, eigentlich ist er eine Kombination aus Totoro und der Buskatze bei Ghibli, die zufällig fliegen kann. Stimmt. Aber die Idee von einem fliegenden Bison ist halt auch schon geil, egal. Einfach genial. Wo ich ja schon gerade eben darauf zu sprechen kam, und man sieht ihn ja auch schon im Promomaterial, im Gegensatz zum Anime sieht man hier Ozai. Und zwar nicht nur mal kurz, im Anime wird er ja wirklich so, also korrigier mich, ich meine, du guckst das ja aktuell, ich werde es auch demnächst wieder bingen. Äh, da bleibt Ozai wirklich bis zum, wirklich bis zum Finale in Staffel 3 mehr oder weniger wirklich nur so eine Präsenz und so ein Phantom, dessen Gesicht nicht gezeigt wird, ne? Ja. Ja, und M. Night Shyamalan hat es komplett verkackt, weil, also, wo ich es jetzt nochmal gesehen habe, das ist wirklich total seltsam, weil in einer Szene zeigt er ihn, gespielt von Cliff Curtis, dann zeigt er nur seine Hände und seinen Ring und dann zeigt er ihn, und dann dachte ich mir so, was soll das denn jetzt? Entweder willst du ihn zeigen oder du willst ihn nicht zeigen, was soll das? Und, und nix gegen Cliff Curtis, aber, ja gut, die spielen halt alle Scheiße in dem Film, aber, ähm, wie, wie, wie fandest du denn das, dass man schon wirklich fast direkt zu Anfang sieht, wie Ozai aussieht? Das Ding ist, ich bin jetzt noch nicht bei der Stelle im Cartoon, deshalb habe ich den Moment nicht vor Augen, wenn man dann halt, ne? Mhm. Aber, ähm, ich fand es jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich auch nicht. Weil, ich, ich fand es nicht schlimm und ich mag auch den Schauspieler sehr, der ihn spielt, ich finde ihn sehr passend. Ja. Und ich finde es auch sehr interessant, dass er hier auch so ein bisschen mehr Charakter kriegt. Ja. Und vor allem, ähm, mehr im Bezug zu seinen Kindern. Oh, auf jeden Fall, vor allem zu Zuko, ne? Also. Zu Zuko und auch zu Azula in der letzten Folge jetzt, was er da gemacht hat, fand ich auch sehr interessant. Ja, ja, oh Gott, Azula ist auch, meine Fresse, ey, die sehen einfach alle aus wie in Live-Actiones. Ja. Ist der Hammer, wirklich. Also, und da, äh, wo du jetzt eh schon auf Susu zu sprechen kommst. Ja. Ich glaube, der ist wirklich mit meinem Highlight. Also, jetzt hier, äh, Dallas Leo. Ich schwöre, ich wollte dir das auch sagen. Ja. Ich wollte dir das auch sagen. Dieser Mann, der, 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 äh, hier, ich. Ich hab keine Worte dafür. Ich stammel schon. Okay. Der ist so toll. Also, ne, ich mein, Susu ist ja eh mein Highlight aus dem Cartoon. Ja. Und da war es mir natürlich sehr wichtig, wie er jetzt hier gezeigt wird. Mhm. Und im ersten Moment war ich so ein bisschen skeptisch, wo ich den Schauspieler gesehen hab, aber ich find so ein bisschen, dass, ich mein, das ist jetzt total, es spielt einfach keine Rolle. Aber, also, ich fand, dass, ähm, Suku eigentlich so ein bisschen mehr so ein spitzes Gesicht hat und der Schauspieler hat mehr so ein ründliches Gesicht. Und dann dachte ich jetzt mal so, okay. Aber, erste Folge schon, der Typ, der rasiert. Ja. Der ist so gut. Ja. Der ist wirklich, der kann so gut, was alles in seinem Gesicht passiert, ne. Das ist so krass. Und wie gut er diese Wut darstellen kann von Suku, wie gut er aber auch diese Verletzlichkeit darstellen kann, der ist wirklich einfach nur eine Hausnummer. Oder wie siehst du das? Nee, es ist für mich absolutes Highlight. Also, meine Lieblingsfolge war auch eindeutig die sechste. Ja. Äh, wo, wo man auch merkte, dass Katara und Zocka so ein bisschen auf die Ersatzbank geschoben wurden, um eben ihm auch Profit zu geben. Ja. Aber, nee, also, da, da kann ich mich anschließen. Ich war, äh, am Anfang, am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil, ach du, es sind halt wirklich alles total unbekannte Gesichter. Aber gerade das ist der Trumpf daran. Während der Shyamalan-Film mit lauter, äh, bekannten Gesichtern vollgestopft war, ich meine, ganz ehrlich, der hat jemanden, General Zhao, spielen lassen. Äh, diesen hier Asif Mantvi oder was, der The Daily Show mal moderiert hat, ja. Also, keiner konnte das ernst nehmen. Und hier, äh, den, ja klar, hier Commander Zhao, auch richtig geil besetzt. Das ist ein Gesicht, was man eventuell noch kennen könnte. Das ist hier, ähm, Ken Leung, den, den, äh, dürfte man aus Lost kennen oder vielleicht auch aus dem allerersten Saw. Äh, der ist zwar auch ein bisschen gealtert mittlerweile, aber den fand, den fand ich richtig, richtig gut auch. Der war auch gut. Also. Es gibt eigentlich keinen schlechten im Cast. Nein, gar keinen. Gar keinen. Also, das können wir eigentlich, glaub ich, eh mal hier so festhalten. Die sind alle klasse. Es ist, es ist ein Traumcast, äh, und wobei für mich mit das Highlight wirklich auch die Beziehung zwischen, äh, also ähnlich, also da, da retten sie halt auch wieder was rüber vom Anime. Die Beziehung zwischen Zuko und Iro. Es muss doch auch sein. Ja. Also, es wäre ja, ich finde sogar, die wurde sogar nochmal vertieft hier. Mhm. Und das hat mich so gefreut. Ich fand zum Beispiel toll diese Szene, wo, ähm, sein Sohn gestorben ist, Iro's Sohn. Ja. Und dass man dann gesehen hat, wie Zuko so einfach mit ihm gesprochen hat und dann sich zu ihm gesetzt hat, weißt du, und dann auch diese Szene, wo er ihm jetzt letzte Folge gesagt hat irgendwie, dass sein Sohn stolz auf ihn wäre. Ja. Das hat mich gekillt. Das hat mich gekillt. Ich glaube, da waren auch echt mal so zwischendurch Momente zwischen den beiden, wo ich da wirklich so saß und echt richtig emotional gepackt war. Ja, also mich, mich hat die ganze sechste Folge total gepackt und dann auch dieses, als dann auch aufgelöst wurde, äh, ich, ich weiß noch, in der sechsten Folge ist das am Anfang so, dass, ähm, Zuko irgendwie von, von, äh, Zhao so ein bisschen karrieretechnisch, äh, an den Kindertisch gesetzt wird, sage ich mal. Ja. Und da ist dann ja die Crew, die dann ihm irgendwie auch schon nicht mehr die Treue halten will und dann sagt der Iro so. Mit der Crew? Ja, dann, dann sagt der Iro so, ja, also hier, der hat ja viel größere Opfer gebracht als, als ihr alle und so. Und dann denkt man sich so, ja komm, was hat der denn jetzt für Opfer gebracht, ne? Und, ja, so von wegen, ja, halt seine Verletzung und seine arme Beziehung mit dem Vater, ne, so. Ja, natürlich, aber es wirkte halt so ein bisschen. Aber dann kommt das. Das, und, und am Ende der Folge, am Ende der Folge verstehst du aber, was er damit gemeint hat. Generell diese ganze Folge gehört Iro. Die gehört Iro und Iro. Iro hat den Anfangsmonolog, Iro hat den Schlussmonolog. Und, oh, das sind, das sind wirklich Szenen, die, die hätte ich schon gerne im Kino gesehen. Ja. Das ist wirklich, wirklich toll, also, also der, der, der Cast, der kriegt eine Kusshand von mir, wirklich, das, das ist wirklich das genaue Kontrastprogramm zu dem, zu dem Kinofilm damals. Ich fand auch den, in der Folge das Gespräch mit Ihrem Zuko und Aang so toll, wo er ihn befreit hat. Mhm. Einfach dieser ruhige Moment, wo die einfach so, und man hat richtig gemerkt, dass die sich da so näher kommen. Ja. Aber wo Zuko das dann wieder richtig so eine Wand vorschieben musste, so eine Mauer und dann ihn so wegstößt und das war so gut geschauspielert auch, wirklich. Da merkst du aber eben auch dran, was wirklich die Stärke dieses Stoffes ist, nämlich nicht die ganzen schicken Kampfstile und, und, äh, bändiger Effekte, das sieht auch alles wirklich sehr gut aus über weite Strecken. Ja. Ähm, und hat auch wunderbare Dynamik teilweise, äh, da gibt's ein Aufeinandertreffen zwischen Aang und, und, äh, Zuko in Omashu, das hat fast schon so Jackie Chan-Vibes. Ja. Aber nicht, nicht jetzt albern oder so, es ist ganz wunderbar und da wird dann, ja gut, da wird eine etwas alberne Dynamik eingebracht, die man aus dem Anime kennt, dass Zuko dann irgendwie von einer Frau mit einem Besen verdroschen wird oder sowas. Ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, äh, hier in solchen Szenen zwischen Zuko und Aang, da merkst du, worum es eigentlich wirklich geht in dieser Geschichte. Ja. Und dass Zukos Entwicklung auch wahnsinnig wichtig ist, ähm, dass der jetzt auch kein totaler Arsch ist, das merkst du, also selbst wenn du den Stoff nicht kennst, du merkst das relativ früh, dass der eigentlich ein zutiefst gespaltener Charakter ist, auch schon im Anime und deshalb ist ja auch diese Symbolik mit seinem Auge sehr stark, das hat ja eigentlich fast schon was von Two-Face, so ein bisschen, ne? Ja, mochte ich auch sehr, sehr gerne und auch, dass sie das, ah, dass sie das gezeigt haben und auch, dass die, die Stränge seines Vaters, das, das fand ich auch sehr schön, sein Vater, sein Vater, äh, Ozai ist hier wirklich eine Figur. Ja. Du kannst mich gern korrigieren, aber ich meine auch, und das hatte ich, glaube ich, auch damals gegenüber meiner, meiner damaligen Freundin gemeint, also als ich sie gefragt habe, von wegen, kriegt Ozai nochmal irgendwie tief und dann meint sie, ja, der kommt am Ende und der hat, ist jetzt nicht, wer weiß, wie tiefschürfend gezeichnet. Und das machen sie hier besser. Ja, aber hier bekommt er Karakter. Ja, ja, allein. Weil er auch mehr Bezug zu seinen Kindern hat. Richtig, ja, und man, man versteht ja auch durchaus, was er in Azula sieht und warum er mit Zuko so und so umspringt und, äh, ich finde es auch gut, dass er nicht als total rachsüchtiger, also natürlich ist der, ist der total machtbesessen und machtgeil und skrupellos, aber er ist trotzdem ein Mensch in dieser Serie. Das fand ich toll. In dem anderen ist er halt einfach nur so ein, ja, er ist halt der Obermotz, der am Ende von Staffel 3 kommt und das war's dann irgendwie. Und da machen sie hier noch sehr viel mehr mit raus und auch der, äh, Schauspieler, äh, den man auch mal irgendwie gesehen haben könnte, ich glaube auch in Lost. Der kam mir irgendwie auch sehr bekannt vor, vom Gesicht. Ja, der, ähm, was ich sehr lustig fand, wir haben ja, müssen wir dazu sagen, wir haben ja mal von Netflix umfangreichstes Pressematerial bekommen. Ja. Also da sind ja bestimmt zehn Interviews, ich hab mir das durchgelesen. Und was so seltsam ist bei dem Schauspieler von Ozai, der war sogar mal in der alten Serie drin. Stimmt. Hat irgendwie eine Sprechrolle gehabt. Aber im Interview sagt er, er hätte da damals nur so mal mitbekommen, wenn das bei seinen Kindern irgendwie auf dem Fernseher lief. Und dachte, ich hatte das vergessen. Okay. Das ist ein bisschen komisch irgendwie gewesen. Aber das ist halt auch das Schöne, dass du merkst, also, äh, hattest du diese Interviews gelesen? Nee, die, ähm, würde ich jetzt gerne nochmal, wenn ich ein Video mache, auch nochmal drüber lesen. Weil die sagen da wirklich alle dasselbe. Entweder sie haben da, äh, nix von gehört damals oder nur so am Rande. Echt? Oder aber sie, sie waren irgendwie Fan der Serie. Ähm. Und, äh, lustig ist auch, die wussten ja auch gar nicht, als sie dafür gecastet wurden. Äh, das kennt man ja in Hollywood, dass das alles streng geheim ist. Die dachten, das wären völlig andere Rollen. Und dann hat zum Beispiel hier der Schauspieler von Iroh, der hat irgendwie gemeint, dass er erst vorsprechen musste, für so einen Film oder eine Serie, wo es eigentlich darum geht, dass jemand irgendwie eine, eine Basketballmannschaft betreut und dann irgendwie zu einer Mentorenfigur für einen 16-Jährigen wird. Aha. Und dann haben die ihn irgendwie zurückgerufen und dann hat er erfahren, ach ja, die Rolle heißt eigentlich Iroh. Und dann hat er sich so, kann das, kann das jetzt wirklich das und das sein? Ne? Ähm, und selbst der, selbst der Showrunner, ähm, Orbert Kin, der hat die Serie tatsächlich mit seinen Töchtern früher gesehen, ne? Und war da auch schon Fan, also. Das merkt man aber. Ja, und selbst Emna Charmalan hat die Serie so entdeckt, die hat, er hat die eigentlich nur verfilmen wollen, weil seine Kinder die toll fanden. Witzig auch noch. Hast du eigentlich eine Ahnung, wie alt der Schauspieler von Arng ist? Hm, ich hatte gelesen, als er beim Dreh zwölf war. Echt? Der war dann sogar nur zwölf? Mhm. Das ist auch mit, äh, die erste Rolle gewesen und ich glaube, der hat vorher, also, Suku, der Schauspieler, der hat, glaube ich, vorher schon Kampfsport gemacht. Hm. Bei Gordon Comia bin ich mir nicht ganz so sicher. Der hat auch, glaube ich, ich glaube, der hat philippinische Wurzeln. Ja, hat er auch. Ich glaube, Katara, die hat absolut überhaupt keine, keine, äh, Kampferfahrung vorher gehabt oder so und ist auch absolut nicht sportlich gewesen. Voll süß. Aber die bekamen auch alle so ein, so ein, hatte ich jetzt auch gelesen, irgendwie ein sechswöchiges Bootcamp irgendwie, wo sie halt die ganzen Bewegungen gelernt haben. Und selbst der Soccer-Schauspieler, auch wenn der ja eigentlich, also seine Figur ist ja kein Bändiger, aber der hat trotzdem halt die ganzen Moves gelernt und fand das, glaube ich, auch ziemlich geil. Aber, äh, aber hier bei Gordon Comia ist schon bemerkenswert, wenn du überlegst, das ist ein so ein junger Schauspieler, der soll alle Stunts auch wirklich selber gemacht haben. Das ist schon krass, ne? Ja, aber der ist auch echt, boah, das, also, äh, hier der, der andere, äh, Noah Ringer, der den ja in dem Shyamalan-Film gespielt hat, der hat die Rolle ja vor allem bekommen, weil er irgendwie schon, ich glaube, der war da schon ein, 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 äh, erprobter Kampfsportler. Ja, deswegen hat er die Rolle gekriegt und, äh, ja, er konnte gut, äh, sich bewegen und, äh, Schauspielern konnte er aber nicht unbedingt und Gordon Comia bringt jetzt eigentlich alles mit, was es für die Rolle braucht. Ich bin, ich bin da hochzufrieden, wirklich. Ja, äh, hast du, hast du noch Aspekte, die du gerne ansprechen möchtest? Ich glaube, ich bin ein bisschen ausgeredet. Ja gut, wir sind jetzt auch schon eine ganze Weile dran. Äh, wir können natürlich noch über Appa noch ein paar Folgen lang philosophieren. Ja, wir machen so ein Appa-Cast, habe ich mir überlegt. Ja, oh, ein Appa-Cast. Ein Suko-Cast. Ja, Suko-Cast wäre ich auf jeden Fall dabei, da, da rufe ich ein eigenes Franchise hier ins, äh, Leben beim Telestand durch. Und ein Suko- und Iro-Cast, wo wir die Beziehung analysieren. Ach Gott, ja, bitte. Ja, ach, von, von Iro, nur, nur Liebe für Iro. Also, hatte ich ja schon gesagt, es ist meine Lieblingsfigur in der, in dem ganzen Franchise und enttäuscht hier absolut auch nicht. Und ich, ähm, wir, wir können vielleicht nochmal kurz darauf kommen, hattest du denn das Gefühl, weil wir hatten ja schon gesagt, sie lassen ja doch eine ganze Menge weg. Hast du das Gefühl, dass sie da, weil du ja jetzt auch nochmal die, die erste Staffel gesehen hast vor einer Weile, hast du das Gefühl, dass sie da die richtigen Prioritäten gesetzt haben? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also, ich hatte so ein paar Sachen, wo ich so dachte, oh, ich hoffe, Jet kommt vor. Ich hoffe, ähm, das kommt vor. Mhm. Ich hab gehofft, dass, ähm, was ich ganz wichtig fand, war, dass die eine Szene vorkommt in dem, ähm, bei dem nördlichen Wasserstamm. Mhm. Dass das vorkommt mit, hieß der Paco, hab ich das? Ja, Paco, ne? Ähm, dieser Typ da, der halt Ang trainieren sollte. Ja. Der, ach, da fällt mir noch ein Punkt ein, können wir gleich zukommen. Ähm, dass er Katara nicht trainieren wollte, weil sie ein Mädchen ist. Ja. Das, ich fand das so wichtig, ich hab mir so gehofft, dass sie das drin lassen, weil ich weiß noch, dass ich das als Kind so gefeiert hab, diesen Kampf zwischen den beiden, dieses Duell. Oh, der ist so cool. Das ist die geilste Bändigungsszene der gesamten Serie. Ja. Das ist so. Das war so cool. So geil. Und ich hab so gehofft, dass sie das drin lassen, genauso wie es war. Ja. Ja. Obwohl, das muss, das wurde auch ein bisschen abgeändert, weil Paco hatte dann keinen Bezug zu der Großmutter, muss man sagen. Mhm. Ja, gut. Scheinbar dann. Das haben sie dann gesprochen. Aber das ist eigentlich auch irgendwie nicht so wichtig, Karin. Ja, nee, das, das, äh, generell das ganze Finale fand ich auch wirklich gut und, äh, ja. Du merkst auch, wie sie Prioritäten gesetzt haben, also was jetzt hier andere CGI-Viecher geht, um dann eben dieses Finale abzufeiern. Ja. Und wenn ich mal überlege, nochmal, das andere von M. Night Shyamalan, das war ein Kinofilm. Äh, und das, was da gezeigt wird, ja, das war jetzt nicht total scheiße, aber das war einfach lahm gegen das, was im Anime war. Und Leute, freut euch drauf. Ang im Avatar-Zustand am Ende ist wirklich genau wie im Anime, wenn nicht sogar noch geiler. Also, oh mein Gott ist das. Also, boah, ich, ich, ich frag mich echt, was allein diese Folge gekostet haben mag. Ja. Das ist wirklich, das ist CGI vom Allerfeinsten gewesen, wirklich. Ja, also, hier, den Aspekt, den ich noch hatte, der mir gerade noch aufgefallen ist. Wie fandest du es eigentlich, dass Ang in dieser ganzen Staffel eigentlich nicht einmal Wasser gebettlicht hat? Äh, ein bisschen schwierig. Ja. Weil er übt ja eigentlich die ganze Zeit mit Katara über. Er kann es eigentlich auch schon relativ gut. Eigentlich im Cartoon, in der ersten Staffel. Ja, Moment, aber er kann ja eigentlich nur sein Element, äh, Luft bändigen eigentlich, oder? Aber er konnte auch schon Wasser bändigen. Also, Katara hat es ihm ein bisschen gezeigt. Er hat es dann richtig schnell gelernt. Und dann gab es sogar so eine ganze Folge, da war Katara frustriert, dass Ang das so leicht kann und sie nicht. Stimmt, stimmt. Diese Schriftrollenfolge, ne? Genau, ja. Genau. Und da war das sogar so, dass Ang quasi sogar ein bisschen besser war als sie. Stimmt, ja, ja. Und dann hat sich das so entwickelt und dann später war sie halt stärker als er, weil da meinte ja Paco so zu ihr, du bist jetzt quasi die Meisterin für Ang. Mhm. Ja, aber er konnte eigentlich schon Wasser bändigen. Ja gut, aber man sieht es ihn trotzdem nie. Also, dann ist das vielleicht ein bisschen 0 auf 100 am Ende. Es stört mich jetzt aber nicht so wahnsinnig. Also, ja, man hätte das vielleicht zwischendurch mal zeigen sollen, wie sie das zusammen üben und wie sie dann, ich meine, das hat ja dann auch ein bisschen Konkurrenzdenken zwischen denen angestoßen, ne? Ja. Ähm, was ich aber da generell nochmal sagen müsste, ich hab's jetzt auch mir nur mal im Anime angesehen, da ist es ja auch so, dass sie da auf diese Kiyoshi-Insel kommen und dass Ang aber, ja, irgendwann das halt doch über den Kopf wächst, dass er jetzt irgendwie auch eine halbe Berühmtheit ist und da auch ein ziemlicher Angeber ist. Ja. Ähm, äh, meinst du denn, weil jetzt im Hinblick auf den späteren Verlauf, hast du das Gefühl, dass die Beziehung zwischen Ang und Katara, die müsste, glaube ich, noch ein bisschen mehr vertieft werden, oder? Weil die wird ja sehr eng, ne? Ja. Ja, ja, doch. Also, ich, die hatten ein paar schöne Momente. Mhm. Aber im Vergleich zum Cartoon auf jeden Fall nicht genug. Ja. Wenn man da jetzt auch noch einen Schritt weiter gehen will, ne, wie es dann auch später sein wird, Mhm. Dann war es auf jeden Fall zu wenig. Also vor allem, das ist dann halt das, was wegfällt, ne? Das muss man dann ja auch sagen, ne? Ja. Weil das passiert halt in diesen ganzen kleinen Folgen, wo eigentlich auch ein bisschen wie so, ja, so, nicht mal so wichtige Dinge passieren. Aber da entsteht dann auch ganz oft so Beziehung bei so ganz kleinen Kleinigkeiten, die manchmal so gezeigt werden. Ja. Also auch so eine Gruppendynamik entsteht dadurch auch, also wird auch ausgebaut einfach durch so Interaktionen, so, oder auch eben so Sachen, wo die sich auch mal ein bisschen zanken, ne? Ja, natürlich. Kam ja auch ganz oft vor. Wobei das ja zumindest zwischen den zwei Geschwistern war. Das ist ja auch was, was sie durchaus irgendwie vorgezogen haben, eigentlich auch Staffel zwei eher, ne? Und auch abgewandelt haben. Gefiel mir aber auch sehr gut. Ja, die, also dass sie die Beziehung zwischen Katara und Argen noch, also da muss mehr kommen. Da muss, da muss, vielleicht entwickelt sich das auch erst mal, man muss ja bedenken, Argen kommt ja auch so langsam in die Pubertät, ne? Ähm. Ja, da, da hätte vielleicht noch ein bisschen mehr Vorarbeit geleistet werden müssen, ne? Ja. Ähm. Aber dafür war ja wenigstens dann zum Beispiel nochmal andere Sachen mehr ausgebaut, wie zum Beispiel jetzt halt eben Zuko und Iro. Ich finde, da hat man das wirklich perfekt gemacht. Ja, da hat man dann auch wahrscheinlich Prioritäten gesetzt einfach auch, ne? Aber ich hoffe, das kommt auch noch und ich bin auch gespannt, wie das dann sein wird, wenn halt Toff kommt. Oh ja, auf die freue ich mich auch schon, ja. Ich glaube, mein viertliebser Charakter. Ja. Ja, ich meine, es kommt ja noch einiges, das war ja erst mal Buch eins und, äh, boah, also. Ja. Wobei, wobei ich jetzt da auch nochmal eins sagen muss, das hatte ich ja auch schon zu dir im Vorgespräch gemeint und ich würde sagen, dann machen wir auch den Deckel so langsam druck. Mhm. Ich hab jetzt wirklich oft diesen Charmalan-Film erwähnt und auch ordentlich auf dem rumgehackt, was aber interessant ist, dass der Film, also wenn du, wenn du dir den, ne, guck ihn dir nicht an, guck dir vielleicht, wie, weiß ich, irgendeine Summary an oder was weiß ich oder ein Essay, warum der so beschissen ist. Ähm, es ist interessant, dass die Serie gar nicht mal so andere Prioritäten setzt, als der Charmalan-Film, also teilweise sogar die Ikonografie übernimmt von dem Charmalan-Film, Stichwort Yui. Mhm. Und auch, wie, wie Zhao, äh, 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 da seinen Plan umsetzt, das ähnelt dem durchaus auch, aber, ja, die Serie macht's halt wirklich in so gut wie allen Belangen besser. Also wirklich, wirklich durch die Bank und sie hat eben natürlich auch Sachen drin, die bei einem Charmalan rausgeflogen sind. Ich hatte das gelesen, ähm, die Kiyoshi-Kriegerin sollten eigentlich vorkommen und das wurde auch gedreht. Und, oh, das ist hier natürlich auch nochmal ein bisschen anders als im Anime, ne? Ja. Aber es hat mir, hat mir trotzdem gefallen und, ja gut, Sokka wird nicht mehr als ganz so sexistisch gezeichnet. Das stimmt. Das, äh, hatte man ja auch irgendwie schon vorher gewusst, dass die das ändern wollten. Genau. Aber ich mein, ja, ich mein, ich kann verstehen, also ich hab gelesen, dass Leute das halt schlecht finden, weil Sokka dann eine Entwicklung durchmacht. Mhm. Und er dann ja eben halt lernt, quasi dann nicht mehr so zu sein, was ja eigentlich auch schön ist zu sehen, aber, ja, ich fand, ja, ich fand's eigentlich okay, wie's jetzt war. Ich fand die Szene, wo die sich so ein bisschen annähern, sehr schön, tatsächlich. Oh ja. Ja, die, die hat wirklich, äh, so toll. Viel aufgefangen. Ja, Suki mag ich auch sehr gerne. Ja. Die kommt ja auch nochmal vor, glaube ich. Aber, 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 das ist halt auch so ein bisschen so das Ding, da ist auch viel Build-Up, also ähnlich wieder wie bei Jet, viel Build-Up für das, was noch kommt. Ja. Und dann, ja, fallen die Figuren so ein bisschen raus, fast aus der Handlung. Auf der anderen Seite liegt das aber vielleicht auch eben an der Struktur. An der Vorlage. Genau, das liegt an der Vorlage und dieser, ja, Episode der Woche-Struktur oder Fall, ja, irgendwo ist das ja eigentlich fast Case of the Week. Wobei ich das da sehr mag und das kommt auch immer wieder durch, es heißt ja von Aang auch an einer Stelle, der Avatar ist nicht nur da, um zu kämpfen, sondern auch um zu helfen, zu vermitteln, also auch als Diplomat aufzutreten, wird ihm dann ja auch von einer seiner Inkarnationen so gesagt. Ja. Und man merkt, er bringt die Hoffnung in diese Welt zurück. Ja, total. Weil die waren jetzt, die waren jetzt 100 Jahre sich selber überlassen und hier mit Bumi, mit den Kiyoshi-Kriegerinnen, mit dem Wasserstamm, die haben ja irgendwie alle nur so vor sich hingelebt. Und das wird an all diesen Beispielen gezeigt, da ist ja in der Serie noch mehr, da ist ja noch irgendwas mit einem, mit einer Wahrsagerin, glaube ich, oder sowas, ne. Aber ich finde, sie haben ja eigentlich im Großen und Ganzen die richtigen, richtigen Schwerpunkte gesetzt und auch wirklich das gemacht, was eine gute Adaption ausmacht. Ja, würde ich auch sagen. Und du bist so langsam leer gequatscht, merke ich. Ich will duschen. Ja, mit oder ohne Wasserbändigung. Ich versuche es gleich nochmal. Irgendwann schaffe ich es. In den Bewegungen, ja. Bevor wir jetzt dann hier zum Ende kommen, willst du nochmal so ein Gesamtfazit abgeben und vielleicht auch eine Empfehlung an die Fans draußen? Bitteschön. Ich glaube, ich bin positiv überrascht. Also ich, nein, ich bin eigentlich ziemlich positiv überrascht. Und ich glaube, die Kritikpunkte, die ich habe, die sind einfach so klein eigentlich im Endeffekt, dass ich wirklich sagen kann, das ist eine wirklich, wirklich tolle Adaption. Ich finde, sie wird dem Stoff gerecht. Die Schauspieler sind unerweil gut. Und ja, wie gesagt, ich habe ja von diesem schmalen Grad geredet, zwischen wie viel macht man, wie viel verändert man und wie viel dichtet man neu dazu. Und ich finde, die haben das wirklich sehr gut gemacht und zum Teil sogar noch besser gemacht, in dem Sinne, dass noch mehr ausgebaut wurde. Und ich bin wirklich sehr happy und hoffe jetzt das Beste für Staffel 2, die ja hoffentlich kommen wird. Oh, 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 bitte, bitte. Aber ich glaube auch, die wird erfolgreich sein. Also wenn One Piece schon reingehauen hat, man sollte nicht unterschätzen, was Avatar bis heute für eine lebhafte Community hat, die auch natürlich schnell enttäuscht sein wird. Man muss ja auch sagen, die Stimmen, die jetzt so reinkamen, wir nehmen das ja hier, wie gesagt, Montag auf, Montag vor Release am Donnerstag. Es gibt auch gemischte Stimmen. Also es beschweren sich vor allem viele über das Pacing der ersten Folge. Die habe ich jetzt nur auf Englisch gesehen. Ich möchte sie auch gerne nochmal auf Deutsch schauen. Generell, Leute, wenn ihr die Serie früher auf Deutsch geschaut habt, guckt euch natürlich auch natürlich gerne das Englische an. Aber hört euch um Gottes willen die deutsche Sinklur an. Wirklich, das ist, ach, das ist, das ist schön. Also ich gucke ja eigentlich auch immer Original immer, aber hier habe ich jetzt auch wirklich Deutsch geguckt. Ja. Weil ich auch den Cartoon Deutsch geguckt habe. Da ist man, da ist man einfach geprägt von und die haben einfach so viele Stimmen zurückgeholt, haben wir ja schon ausgeführt. Ne, also ich bin auch alles in allem wirklich sehr positiv überrascht. Meine Erwartungen waren jetzt weder haushoch noch irgendwie niedrig. Ich habe mir gedacht, es kann halt nicht schlimmer werden als der Kinofilm. Ja, das stimmt. Und ja, dementsprechend, also Leute, gebt dem Ganzen wirklich eine Chance, auch wenn jetzt irgendwie die beiden, ja, Väter von Aang sozusagen ausgestiegen sind. Hast du es gesehen? Bei einer Folge oder bei ein, zwei Folgen werden die sogar noch als Autoren gelistet, ne? Aber ich habe mich jetzt auch im Endeffekt gefragt, warum die denn jetzt ausgestiegen sind. Wegen kreativer Differenzen. Ja, aber warum? Ja, das wird nicht so offen kommuniziert. Also die hatten ja irgendwie, hatte ich mir auch vorhin nochmal durchgelesen, die haben einen Instagram-Post abgesetzt, dass sie halt das Gefühl hatten, weiß ich nicht, ihnen wurde halt erst irgendwie zugesichert, dass das deren Vision respektiert wird und berücksichtigt wird. Und dann ist das wohl nicht so gelaufen, wie sie wollten. Hätte mich mal echt interessiert, was denn deren Plan war. Durchaus, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, haben sie auch sehr diplomatisch agiert, sie sind zwar beiseite getreten, sie haben aber jetzt nicht den Fans eben wie gesagt, ja, hier, guck das nicht, das kann nur scheiße werden, sondern sie haben gesagt, ja, da sind fähige Leute dran und es kann trotzdem was Gutes bei rumkommen. Aber die erweitern ja auch ihr Universum gerade noch anders, ne? Da sollen ja ganze, also die haben ja, glaube ich, eigene Studios gegründet, Avatar-Studios und wollen ja auch Kinofilme oder auf jeden Fall Filme produzieren, die nach der Hauptserie spielen. Da soll ja der nächste irgendwie nächstes Jahr kommen, aber wahrscheinlich, also der erste nächstes Jahr kommen, aber wahrscheinlich dann auch nur auf Paramount Plus, denke ich mal. Aber bis das soweit ist, können wir uns hier dran erfreuen und, ach, ich möchte Alice in Staffel 2 sehen. Ja. Also, es ist so großartig, die, die lange Warterei hat sich wirklich gelohnt. Es kann auf eigenen Füßen stehen, selbst wenn ihr danach enttäuscht seid, ihr habt dann immer noch den Anime, auch wirklich zeitlich nicht gealtert ist, aber unabhängig dessen, äh, es ist wirklich eine richtig, richtig gute Anime-Live-Action-Umsetzung und allein das schon für sich genommen ist schon, äh, jetzt insbesondere auch nach One Piece wirklich was Schönes. Ich bin so gespannt auf das Feedback, also wirklich, ich bin so gespannt, was die Leute dazu sagen. Ja, also, wie gesagt, es gibt ja schon ein paar kritische Stimmen, äh, ich werde es mir auch nochmal angucken, wenn es, äh, regulär rauskommt, auch hier an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank für die Screener, äh, die wirklich, also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass die zu großen Teilen auf Deutsch sind, dafür auch Kudos. Ja, und ich würde sagen, ja, du möchtest duschen und, äh, bevor du das Wasser zu dir heranbändigst, versuche ich mich jetzt zu bändigen und sage vielen, vielen Dank, Melanie. War echt schön, mit dir darüber zu sprechen, gerne wieder zu Staffel 2. Ja. Oder, weiß ich nicht, vielleicht, wenn nächstes Jahr dieser Avatar-Film kommt, hätte ich ja auch durchaus mal Lust, auf jeden Fall wirklich sehr, sehr schön gewesen mit dir, äh, ja, eigentlich schon über dieses Franchise insgesamt zu sprechen. Mhm. Und, äh, und, äh, und, Leute, macht euch gern ein eigenes Bild, aber gebt um Gottes Willen dieser Serie wirklich eine Chance, sie hat es verdient und, äh, damit würde ich sagen, sind wir raus, du bist jetzt erlöst, äh, ja, kannst du auch das, das Wasser zu dir rufen und dann fließen lassen und ich sag's schon mal. Ja, das wird ja auch jetzt klappen. Ja. Und während du jetzt Tai Chi lernst, äh, sage ich schon mal, tschüss. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des TeleStammfisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.